alles klar eine neue Einzelmission Jalla wir starten ein Vergeltungsangriff auf die apatische Flotte hier mit mir dabei meine Crew, sagt mal hallo Leute Hi! Hallo Youtube Hallo Mama Ich bin auf Youtube Hi Tja und ich glaube ihr wisst ja was wir machen sollen noch wirds nicht angezeigt, erstmal zum Wegpunkt fliegen und dann naja wir haben ja schon, dass das probiert so schwer ist die jetzt die Flugzeugträger vier Torpedos also wenn man nicht fiel, dann Warcraft Carriers er stimmt Fliegen net Zirkus bitte da 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 das ist so richtig schwarz aus wenn ich da sehe, das macht mich wirre. Wie gesagt, ich nehme den ersten. Ich planche hinten links. Ja, ich nehme den ersten rechts. Ich nehme mir wahrscheinlich das, wenn es wirklich belegt ist, ne. Wenn ich mich in diesem Sinne halt in so'n Schluckzeug lecker was sah aus. Der sah aus, als wäre er schon zerstört worden. Diese Mission ist ja so'n bisschen buggy. Ah ja, stimmt. Ach so, wir haben eine kleine Diver hier. Wie sonst ist hier abgeschlossen. Alles klar, das war's, wir können nach Hause. Oh je. So leicht ist es nicht. Ja. 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 Aber ich glaube, durch die Erfahrung, welche sich durch andere Flugsimulationen gemacht haben wird es schon negativ. Microsoft Torpedo Bomber Simulator. Ja, ja. Ja. Ich weiß. Aber ich ziehe nicht hoch. Ich ziehe einfach zur Seite weg. So, die Jungs sind ziemlich gut schnell, ne. Also die machen gut Kette hier, deswegen ordentlich vorziehen. Er ist doch sofort bereit, ne. Fokussieren. Auf einen Kilometer abwerfen, dann sind die Etopidas meistens immer, da gehen die meistens immer daneben. Ja. Ja. Ey, ich denke, du mehr da so weit. Ne, ne. Ja, das ist optimale Abruf. Abrufbereich. Das geht ja gar nicht. Aber ich würde sagen, so 400, 500 Meter, da ist es vollkommen ausreichend. Äh, Tom, du hast ihn gar nicht getroffen. Ah, doch jetzt. Ja, ja. Ja. So weit, ich hab hier denn nie. Mein Aal hat auch getroffen. Dein Aal? Dein Aal? Ja, so nannten die deutschen U-Boot. Wurzel und Mitglieder immer die Torpedos. Haale. Popper abgeraubt. Na, da trifft er. Leertaste gedrückt lassen, kann man das gut nachvollziehen. Wiedersprung. Ah, der Fex scheiße. Na, du siehst das auch, wenn du über den Kürflingsst. Wer verfehlt verdammt. Ja. Doch merkt. Wiedersprung. Na, ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle fahrtschütteln. Na, da kann man sich zumindest mit 2MG Schüssen nerven. Ich hab ihn auch noch speziell troffen, aber nicht. Oh. Scheiße. Dass der nicht hochgegangen ist, ist ein Wunder. Ja, hier ganz vorne. Ich hab sogar vorgezogen. Oh, Alter. Das hat die komplette obere Seite weggegriffen. Ey. Man kann ihn nicht so kaputt schießen können mit den Maschinen. Naja, das ist auch ein bisschen stabil, ne? Ach. So hoch, so hoch falscher Winkel. Ich weiß, ich kann sich... Ja, eine. So, Trapeller abgeraubt. Ja, brennt ihr Schweine. Guckt euch mal an wie der dicke Flugzeugträger brennt man. He he he. Mit der Japanflaggetreu. Dreffig, dreffig, dreffig. Ein schön herriger Kreuze. Okay, was hat er hier vorzielen. ich habe es gemerkt dann habe ich gehabt in dem Geschirr ist meinetwegen ne kein Schaden so jetzt schaffe ich ihn ab so macht auch die ganze das war es das war jetzt irgendwie komisch ich habe den auch nie du abgeworfen und ganz kurz bevor ich den abgeworfen habe hat sich das Boot einfach mal zur Seite getreten als hätten die Maschinenkanon mit denen ich darauf geschossen habe so eine ja ich stehe hier noch ein ich nehm noch ein noch in die Hörte wohl ich bin sagen wir können auch hier bleiben auf dem Weg nach Hause können können wir noch ein paar mitnehmen es muss nur einer nach aber auf dem Weg dorthin kann man natürlich noch so viele wie möglich machen wir aus dem Vergeltungsangriff ein Vernichtungsangriff ist auch ideologisch um die mehr Spaß ohja das trefft der trefft der Todopatropäder m r m m den mach ich aber es ist sehr schön du bist das hat gesessen der Ecke die hintere Bereiche tötet sie alle ja du musst wahrscheinlich in die hinteren Bereiche treffen damit der zerstört wird ja auch in der Mitte die Mitte ist am besten eigentlich finde ich wenn das Schiff in der Mitte durchbricht hast du gewonnen also das ist absolut na wie sagt man kritischer Treffer ja jetzt geht da und da oder besser treffen geht eigentlich dieser Störferscheidung wirklich eine Herausforderung für zu vieles Alter Schlachter verhalten da schon was aus das was da das war von mir den letzten großen die Gäste unter Schlachtschiff was die Schlachter Schlachter die Gäste Prozent ich habe ihn getroffen nehmen und zerstört ich habe gerade das Schatzschiff getroffen und es ist nichts passiert aus den öffentlichen Gründen Ach doch, es ist so schräg im Wasser Das irritiert mein Gehirn. Oh, jetzt greife ich genau vorne an die Spitze Elende Japaner, ja Jo, ich hatte noch nicht mal die Anzeige ich habe ihn vorne an der Spitze getroffen Alter, wie die sinken hier Ja, der sinkt gar nicht So, vergesst nicht die kleinen Zerstörer, die könnten auch nervt werden, die Schlachtschiffe Ich will gar nicht wissen, was die Vorgesetzten gleich sagen, wenn wir wieder zu Hause sind Ihr Vollidioten, ihr solltet doch bloß die Flugzeugträger platt machen, nicht den Rest der Flotte Ich glaube, sie würden sich aber schon freuen, ne Hab ich das Gefühl BANG Direkt in die Seite rein, ob es sich und brennt er gar nicht erst, ey, das ist Datenfachchise Ich glaub's nicht, ihr macht da wirklich alle Platte, oder was? Ja, ja Ja Und das ist so langweilig 13 Sekunden, dann war ich nicht ich meine ich kann mich wirklich vorstellen hier ich habe doch eigentlich nur einilschariert ja, ich bin es so so spürst, so beträgt er so, ich glaube, doch, doch doch platform, hopper doch, wer jetzt wird das hier auch gar nicht mehr angezeigt abwerfen, dann oh Scheiße er muss nicht in die Mitte treffen ja das stört sich doch die rücheligen probleme schlachtschiff 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 bereits etwas dicker und es ist nicht für mich sieht das eher aus wie verdammte kreuzer eigentlich muss ich zugeben für mich dass sie das erste kreuzer und ich bin die neunter hier kommen ja auch wieder stadt schlachtschiff ich hier umgekippt ist hier alles wie so gerade topido banzai da kann ich hatte ja das gehörte es explodiert auch ein ding ja gar nicht gut leute und das war's jetzt starten wir noch mal kurz wegen sekundar ziel sekundar oder sekundär ziel guckt mal jemand bitte ganz schnell nach auf m was damit gemeint ist lange auf den flugzeugträger okay das ist ja jetzt hier nicht wichtig das ist wahrscheinlich nicht aber eigentlich haben wir jetzt gewonnen jetzt haben wir gewonnen alles klar das ist gar nicht warum geht ja noch ein ziel